hey leute und willkommen zur neuen masterclass folge von science powered by pro bike shop ihr pocht bestimmt schon auf neue spannende inhalte zum herze kennenzverhalten im training und neben tollen wortspielen haben wir auch wieder ganz viel inhalt für euch wir blicken nun heute auf ein mittelintensives intervalltraining also nicht glitt und nicht jetzt etwas dazwischen und zwar insbesondere steady state bzw schwellen und sweet spot intervalle für diejenigen die schon in den begrifflichkeiten etwas fitter sind es handelt sich heute um drei sätze mit je 15 minütigen sweet spot intervallen sprich einer leistung die sich noch in einem steady state der leistungssysteme befindet was steady state genau bedeutet das klären wir später in einem an einer anderen stelle in einem gesonderten video steady state einfacher übersetzt heißt wenn du die intensität richtig getroffen hast sollten sich in einem zeitraum von den definierten 15 minuten die herz sequenz über die dauer nicht signifikant verändern schauen wir doch einmal in das intervall ob das bei unseren probanden hier auch der fall war wir gehen rein in die einheit und sehen in der grafik erst einmal die komplette einheit genauer wir uns dann den ersten satz der 15 minuten intervalle erneut ist in der anfangsphase des intervalls die verzögerte slow component der herz sequenz auf die anpassung der intensität erkennbar das haben wir schon bei den low intensity training gerade am anfang oder auch der 40 20 intervalle gesehen für diejenigen die slow component noch nicht gehört hatten die sollen einmal die nächsten die letzten zwei videos zurückspringen und sich die vorab anschauen wenn wir jetzt genauer reinschauen sehen wir dass ich circa ab der vierten minute nach intervallbeginn die herz sequenz auf den wert von ungefähr 160 schlägen pro minute eingependelt hat der proband hält die leistung konstant aufrecht und folglich bleibt auch die herz sequenz bei den angesprochenen 160 schlägen pro minute kleiner exkurs für die statistiker unter uns ab der vier minuten bleibt die leistung für 11 minuten bei 282 watt im schnitt die herz sequenz beträgt durchschnittlich 159 schläge pro minute mit einer standard abweichung von plus minus drei schlägen pro minute ihr seht die schwankungen der herz sequenz sind da eher minimal und genau dieser fakt zeigt dass das sweet spot intervall recht gut getroffen wurde ist ein gutes zeichen jetzt wird es noch einmal etwas spannender denn aufgrund von zwei kurven auf der strecke des intervalls und einer folgenden etwas zu über ambitionierten fahrweise aus den kurven heraus sieht man eine erhöhung der leistung über die sweet spot ziel pace stark völlig willkürlicher athlet das hast du gut gemacht folglich passt sich aber auch die herz sequenz an den antritt an und erhöht sich dann doch ist in diesem fall ein positiver indikator innerhalb des satzes zur einschätzung der leistungsfähigkeit des athleten sichtbar denn trotz der immer noch aufrechtzuhaltenden sweet spot intensität von diesen 282 watt nach dem antritt aus der kurve und der aus dem antritt resultierenden erhöhten herzfrequenz reguliert sich die herz sequenz nach dieser intensiveren antrittsphase wieder auf das ausgangsniveau bei diesen 82 watt das heißt die tatsache dass sich die herz sequenz trotz relativ hoher beanspruchung 282 watt wieder auf diese 159 schläge pro minute herunter reguliert ist ein physiologischer beweis dass sich die entsprechende leistung gerade im sweet spot in der sweet spot intensität in einem steady state zustand des körpers befindet also trotz druck auf dem pedal erholt sich der körper und das ist ein schöner indikator an dieser stelle für einen erfolgreich absolvieren der sweet spot intensität ein weiterer indikator für eine steady state belastung ist der verlauf der herz sequenz innerhalb des satzes über die zeit hinweg es ist erkennbar dass bei längeren aufrechthalten des intervalls die herz sequenz nicht deutlich nach oben hin abdriftet wir hatten vorhin bei der definition von steady state gesagt dass ein nicht abdriften ein kriterium für eine solche belastung darstellt daher lässt sich sagen check das sweet spot intervall ist getroffen worden und das training hat sein entsprechendes ziel erfüllt zumindest in dem ersten satz und das war es auch schon wieder zur heutigen folge mit blick auf spezifische herz sequenz verläufe in unterschiedliche trainings einheiten insbesondere heute dem sweet spot training und kleiner hinweis an der stelle schaut doch mal auf eure eigenen trainings inhalte fast jede software kann euch diese verläufe anzeigen und schaut euch doch mal genauer eure herz sequenz verläufe zur leistung an sind mögliche anpassungen im pacing vielleicht notwendig habt ihr vielleicht ein bisschen zu viel intensität gefahren bei sweet spot klassisch zu schnelle sweet spot intervalle durch ansteigende herz sequenz erkennst du vielleicht dass du bei der einen oder anderen einheit im niedrigintensiven bereich zu schnell gefahren bist erkennst du daran dass du vielleicht hinten raus so ein bisschen cardiac drift sehen konntest hast du eventuell einheiten gefunden bei denen du dich hättest besser versorgen sollen da du erkennst dass deine herz sequenz in den letzten minuten der einheit deutlich nach oben oder nach unten hin abdriftet das sind leicht einblicke die man in sein eigenes training bekommt und geben einen viel gestalt viel input für die gestaltung des trainings und können einen super weiterhelfen ob der trainingsreiz richtig getroffen wurde oder ob in der trainingsplanung entsprechend angepasst werden sollte und wie auch du dich weiterhin deiner leistung verbessern kannst und weshalb die intermittent belastung wie 40 20 dabei eine rolle spielen aber auch genauso die sweet spot intervalle das erfährst du in einem der nächsten science masterclass videos powered by pro workshop also bleibt dabei bleibt interessiert bleibt spannend es gibt noch so viel zu lernen bis dann wir sehen uns beim nächsten mal eure science crew